Wenn wir einen Hodenhochstand feststellen, sehr häufig eben so den Leistenhoden, das sieht man, kann man im Ultraschall dann auch erkennen. Manchmal kann man ihn nicht mehr so direkt tasten, aber dann im Ultraschall darstellen. Die Therapie des Hodenhochstandes ist dann die Operation. Das wird auch ambulant hier durchgeführt. Bei der Operation wird entlang des Samenstranges werden die Muskelfasern, da gibt es Muskelfasern entlang des Samenstranges, die werden alle durchtrennt, die im Prinzip den Hoden dann auch noch auf Zug halten, sodass ein ausreichender Längengewinn in der Regel vorhanden ist, um den Hoden dann durch den Leistenkanal bis in den Hodensack nach unten zu bringen, ohne dass Spannung entsteht und dort kann er dann festgenäht werden. Die Naht im Hodensack selber ist nichts, was man entfernen muss. Das wird von innen quasi wie so eine kleine Tasche gebildet und man sieht von außen eine kleine Naht. Also man hat zwei Nähte dann einmal im Bereich der Leiste und eine Naht unten am Hodensack, aber man muss, wir verwenden bei den kleinen Kindern immer Nahtmaterial, dass man danach nicht irgendwie ziehen muss oder so. Das fällt dann von selbst ab, löst sich auf.